An meine erste Wohnungsabnahme mit der ABA Smart App erinnere ich mich noch genau. Sehr genau. Schönes Modell. Schiffe sind mein Hobby. Deshalb sehe ich aus. Ich brauche ein extra Zimmer für meine Modelle. Gefallen Ihnen Schiffe? Schiffe? Klar. Dann beginnen wir doch mit der Abnahme. Okay. Er hat die ganze Zeit über Schiffe geredet. Ich dachte schon, er wollte mich ablenken, damit ich etwas übersehe. Aber zum Glück hat ABA Smart eine Checkliste, damit man nichts Wichtiges vergisst. So, jetzt noch das Bad und dann haben wir es auch schon geschafft. Okay, aber ich muss Sie warnen. Im Bad ist ein Neandertaler. Was macht denn ein Neandertaler in Ihrem Bad? Er föhnt sich die Haare. In der Tat. Er föhnt sich die Haare. Ich hatte gehofft, dass es bleiben darf. Ein Freund von mir hat es gemacht. Er ist ziemlich berühmt und hat es sogar signiert. Ja, tut mir leid, aber das geht leider nicht. Vielleicht kann Ihr Freund Ihnen ein Neues in die neue Wohnung malen. Also wegen mir könnten Sie es lassen. So, jetzt brauche ich noch Ihre Unterschrift. Ich habe dann noch mein iPad und den Server im Büro synchronisiert und das war's dann auch schon. Am nächsten Tag bekam ich einen verzweifelten Anruf. Ich bin sofort zurück zur Wohnung gefahren. Ich habe sofort den Maurer angerufen. Tja, was hätte ich denn sonst machen sollen? Und der Mieter? Ja, Geld, um den Schaden zu bezahlen, hatte er ja nun. Auch der Mieter ich bereue.